Rennen beim Schießkampfen hin und her! Ich brauche für die Zielsuche eine Raketenwehrfahrme wieder! Ah, ich habe die falsche Waffe drauf! Nein, das ist es! Lass dir was, leck mich! SMG-Style! Wo bist du? Ich glaube, das ist doch besser! Oh, fuck, 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 fuck! Ich habe gleich keine Schotten-Muni mehr! Hier liegt Muni rum! Die lassen Muni fallen! Fed ist mit Reparatur-Board! Sieht megahaftig aus! Keine Muni mehr, shitty! Die! Nein, habe ich nicht! Bitte gehen wir nicht drauf, okay? Ich hole den mit dem meisten live, nehme ich jetzt ins Facelock! Boah, Alter! Ich wusste mal eine SMG, eine MG oder sowas aus! Du darfst ja genug dabei haben! Ja, war eine Pistole dabei! Das Kamerad meldet! Okay, einer weniger! Loot mal den Scheiß! Kann ich nicht! Würde ich aber gern! Muni müsste eigentlich looten können! bob Noo! Die Granatenbott rumgetauscht! Naja, ja, das ist viel besser! Ich behalte meine Granaten drin, weil die halten mich teacher am Leben! So hin und wieder! Okay, pass auf! Muss noch ein Paar Mal kritten Ich müsste mal verkaufen können, schnell Kannst du nicht? Alter Verpiss dich da, verpiss dich da, verpiss dich da Exploder Ja, f*** F***, 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 f*** Noch 400 live Fass mal an, wer ist das? Was sagst du? Der ist Roto von den Exploder Was, YOLO? Der ist Roto von den Exploder Warte, was mach ich denn? Warum schieße ich mit der SMG? Ich könnte gritten hier Lass mir ein paar übrig, ich kritze sie weg Da kriegt noch einer Aua, danke Oh, das ist ein RPG-Loader Hol mich, hol mich, hol mich, hol mich Gelitten, was der da bringt Das ist jetzt gay Wunderbar Ich bin weg Gito Alter Dick, da müssen wir wann anders mal zurückkommen Glaub ich nicht, wir müssen auch nur ein bisschen besser timen Meinst du? Ja Wie meinst du? Ich warte, ich geh jetzt mal nicht nur rein, damit ich ein bisschen Abklingfertigkeit mit Dann kann ich schneller wieder leben Scheiß auf Geld, was brauchst du es? Sieht gut aus Okay, ich habe jetzt 25% mehr Abklingzeit Pack mal eine MG drauf Ihr benutzt dich eh nicht, kann ich verkaufen Gay, kann ich verkaufen Ich weiß, ob ich noch eine MG finde, weil ich renne nicht mit zwei Snipern rum Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen Hast du eine MG? Ähm, kann sein Weiß ich nicht genau Es sind ja alles Roboter, ne? Ja, so ziemlich Elektroschaden müsste geil sein Hast du Elektroschaden dabei? Schau dir mal die hier Gut, macht's doch nur knapp die Hälfte von Schaden, dann versuch ich's mal Nee, komm, wenn ich die Hälfte mache, dann nimm lieber die eigentlich original Nimm ich nämlich auch Original, das nimm ich auch Original Weg, weg Okay, da habe ich Ich habe halt keinerlei Elementarschaden dabei Gerade, das nervt ein bisschen Weg, weg 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 Hast du noch eine MG für mich? Weg, äh, nee Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen Du bist bei Millions der Kunde Lackarschaden Kommando Besserer Scheiße, gay Mag niemand Ding Cool Uncool Herzlich willkommen Kunde Habe ich irgendwelche Beleidigungen ausgelassen, die man irgendwie bringen kann? Nup Kauf schon endlich eine Waffe Brauchst du deine MG? Ich hab... es gibt keine MG Hm Ich bin ne geile Pistole Also ich hab jetzt Pistole, Sniper, äh, Rifle, äh, APG und ähm, das andere da Okay Ich hab jetzt, äh, zwei Sniper, Raketenwerfer und eine SMG So ist gleich, gleich wieder grad eben Und das erste MG war das Dropteppich auf Ich hab ein bisschen mehr abgelenkt Zeit darauf, dass ich mich noch schneller wiederbeleben Oh, hier liegt noch was Jo 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 Dann kenne ich die ersten mal mit der, äh, Pistole Julian, hier ist ne MG, ziemlich, ziemlich nice Wo? Warte 190 und 260 Korrosionsschaden Oh, Korrosionsschaden ist geil Höchst effektiv gegen Panzerung Ist jetzt auch, ist ne SMG noch Ja, ne SMG Okay, gut Ich such ne MG eigentlich dazu MG hat mehr Muni meinst du? Ja klar, weil ich will nicht mit... Der Ring des Gemetzels beginnt Kein Vorspiel mehr 5, 4, 3, 2, 1 Ich komm für alle erstes mal Ähm, ich mach die einen hier am Anfang, die, die Sniper, die mach ich mit der Raketenwerfer weg, okay? Ich will mir Raketenwerfer zuwiderbeleben aufsparen Dumm ist eigentlich Munition und die sparen manchmal Muni, also ist mir das egal Mach die damit einfach schnell weg 3 weg Versuch sich zu bewegen und nicht stehen bleiben Nochmal 3 weg So, die Sniper sind weg Ah, ich triff mit der SMG die Dinger fast nicht Ah, dann nehm ich meine Sprosse lieber Ah! Einer ist weg Hier drinnen in den Tunnel kannst du dich übrigens hochheilen, ne? Ja, für den Tunnel Hier! Komm zu mir! Hier drinnen treffst du dich nicht Oh Okay, doch Ist aber gut, dann haben wir ähm Das ist ziemlich gut, lass hier bleiben Der nächste ist gleich tot Warte einfach, bis sie da herkommen Dann ballerst den rauf Okay, der nächste ist tot Man bleibt jetzt hier unter der Decke hängen Am anderen Seite ist es nicht Ja? Ich bleib hier unter der Decke hängen Ja Ja Ein Korrosionsschaden zieht vor lange Uhhh 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 Alter, weißt ja, das Schild ist in der Instant weg Uhhh 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 Wenig mehr auch Uhhh Elektro-Schaden halt, ne? Uhhh 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 Noch einer übrig Uhhh 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 Bei den Explodern würde ich nicht hier reingehen Uhhh Neh Uhhh 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 Die an- Die- Wenn die, ähm Warloader kommen, ne? Hast die mir Die mache ich eigentlich ganz kaputt Uhhh Hier wäre das Geschütz vom Kommando richtig geil Uhhh Uhhh Das hab ich gelassen Okay, jetzt kommen die Bullloader ganz hinten. Versuch mit Feuerschaden. Hab ich nicht mehr drauf, aber... Ja, hab ich drauf. Aua. Die Henne, Alter. Tut mega weh. Trinkt da Korrosion was? Korrosion bringt was, ja. Ja, guck da nun. Dann mach ich Korrosion. Mein Sniper hat keine Korrosion. Ja, meine Pistole. Geht gar nicht klar. Komm, schrotze. Überlebst du? Ja, überlebst du. Ja. Alter, ich lauf da halber durch, ne? Obwohl ich mein Leben halt fast runtergehen seh. Achtung, Iron Loader vor dir. Iron Loader? Ja, ich hab's gearbeitet. Ja, gut dann. Ähm, muss ich plötzlich was verwechseln. Mit der mach ich einen oder so. Mit der mach ich einen oder so. Mit der zum Kampfjuer. Einloader direkt vor mir. Ich kann nicht schießen. Entferne Bandit. Soll ich dir den wegmachen, oder wie? Es geht, es geht. Warte, guck mal. Ja, der ist wieder frei. Interessante Reaktion. So, Einloader sind weg. Was kam jetzt? Warloader, okay. Oh, fuck. Weg hier. Hotloader und Warloader. Lass mir die Warloader. Lass mir die Hotloader. Wir tausen gerade die Plätze. Ich kann extra die Waffen wechseln, damit ich die jetzt hier finden kann. Ach, Hotloader, scheiße. Von hinten kommen die Warloader. Ja, da ist noch nicht. Ja, gut, dann sniper ich noch. Äh, ich sniper doch nicht mehr. Ich kann dir höchstens Granaten zu einer Schütze reinwerfen. Brauchst du nicht. Brauchst du alles nicht. Überlebst du? Will ich. Äh, äh, kam, 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 kam. Der Feuer... Scheiße, ich hab was für dich. Ah, ich hab was für dich. Ah, ich hab was für dich. Da kommt, APG. Wir lösen das Problem. 1, 1, 2. Ooooooooh, Mama. Kann man dir helfen? Nö, alle weg. Ich brauche euch mal Hilfe. Die Hotloader ficken mich, kann weg. Geht's? Aua. Kannst du mich heilen? Ja, wo bist du? Äh, irgendwo hier. Ich brauche die Karte. So, jetzt muss ich wieder Waffen wechseln. Constructor? Constructor, das klar. Scheiße, kriegst du den ganz klein wenig, fehlt mein Constructor. Kriegst du den? Ich bereite, hast geschützt vor, kannst du wiederbeleben mit... Ach, fuck drauf. Hol dir das Reparatur-Board oben drüber. Alter, ich potz die Constructor mit der APG weg. Ist mir scheißegal, was der macht. Der ist einfach nur weg.